Hey Haki, wie geht's dir? Servus, alles fit? Klar. Top. Ich hab mal eine kleine Bitte an dich. Ja. Ich hab Hunger. Können wir was Kleines zaubern? Ich hatte gerade online ein paar Sachen beim Kombi bestellt. Die hol ich gleich ab. Würde ich sagen, kommst du bei mir im Haarsmarkt im Frets vorbei und dann machen wir mal gerade was Leckeres zu essen. Top, dann seh ich mich an und dann komm ich vorbei. Haki, Junge. Wie geht's? Bestellt's? Gut, gut. So, du sagst also, du wolltest mal zu Hause ein bisschen Action machen zu den Weihnachtsfeiertagen hin? Versuchen, ja. Versuchen würd ich's. Passt mega, weil ich hab nicht gerade was abgeholt beim Kombi-Abholservice. Leicht weihnachtlich, aber ein bisschen fancy. Können wir mal gucken, ob du vielleicht was adaptieren kannst daraus. Pass auf, hier sind ein paar Sachen. Wir machen hauptsächlich die Ente heute. Dazu machen wir ein bisschen rote Beete Carpaccio. Schon vorgegart, ganz einfach. Mit ein bisschen Zinkäse. Den flambieren wir ein bisschen. Ein paar Cracker, ein paar Tomaten, ein bisschen Honig dazu. Und hinterher ein bisschen Schmandcreme mit Vanille und Zimt. Und dann nimmst du am besten mal diesen Rosenkohl und schneidst den Fuß ab. Und blätterst ein bisschen die ersten Dinger hier runter. Dürfst du theoretisch jetzt auch so schneiden. Kannst du, ja das kannst du auch mal, klar. Das ist vielleicht besser halt. Wenn ich's so mach, glaub ich hab keinen Daumen mehr. Wenn du links hinter? Ja. Echt? Ja. Links Fuß, nein, ne? Nein, rechts Fuß. Rotenkohl schon nehmen. Davor nicht rein tun. Ne, wenn du kalte Pfanne ist doof, dann laubt das Produkt immer schnell aus. Also das Salz kommt raus. Mhm. Und es wässert schnell, deswegen immer schön Temperatur rein. Schon ein bisschen Salz, Pfeffer machen. Ein bisschen was Weihnachtliches. Ja. Nehmen wir die Orange. Aber nicht das Weiße, weil das Weiße ist immer bitter. Und dann kommt schon wieder ganz anderer Flavor als nur dieser blöde Rosenkohl. So pass auf, jetzt nehmen wir mal den Kürbis. Versuche immer so da rein zu gehen. Und dann festhalten zu schneiden. Weil der, wenn der da abrutscht, die Flosse ist in der falschen Richtung. Und dann glaub mir, ich hab so ein paar Macken, die sind nicht so cool. Mach, mach so. Können wir mal so klein möllern, weil wir den einfach gleich zu einer Creme machen. Faszinierend, ne? Wenn man so schneiden kann. Ja, schon crazy, ne? Gut, für uns ist der Alltag, aber musst du noch auf den Finger aufpassen. Der Rest ist egal. Wir jonglieren, den Fußball, ne? Ich wollt grad sagen. Dann denkst du so ein Ball, der hat 100 Meter angeflogen, den du so Bock einfach so am Fuß hast, der bei mir nach Nebraska fliegen würde. Kannste dich eigentlich so shaken? Kannste? Genau andersrum. Also die gut aus, nur genau den Bewegungsablauf andersrum. So. Ne, so. Nach... Das ist crazy, ne? Sieht immer so einfach aus. So, in den Topf, pass auf, Butter rein, in den Topf. Nehmen wir mal den Kürbis. Das hier zum Beispiel. Das kannst du nicht essen, das ist so Silberhaut, ne? Gucken, das so ein bisschen brustzügig abzuschneiden. Und wenn du jetzt richtig schön haben willst, dann guckst du dir mal die Form von der Brust an und schneidest die quasi einmal sauber fett runter. Genau. Und jetzt gehen wir hin und schneiden die so ganz leicht ein. Versuch mal ganz dünne Scheife zu schneiden. Dünner ist possible, genau. Ist das zu dick? Ne, ne. Ja, ein bisschen dünner, wenn du es mal hinkriegst. Da machst du. Das sind ja Tellerchen schon direkt. Perfekt. Und dann machst du so einfach nur ein bisschen hier drauf auf den Teller. Ja, genau. Freestyle. Ganz bisschen verteilen. Muss ja jetzt auch nicht hier. Ja, genau. Nehmen wir mal auch drüben ein bisschen. Wollen wir in der Mitte ein bisschen Feldsalat? Das ist so filigran, kannst du auf jeden Fall. Das ist gut. Oh, wie das wird. Dann machen wir noch ein bisschen Orangensaft auf den Salat drauf. Einfach noch ein bisschen Öl. Pass auf, jetzt nehmen wir den Zinkäse. Nehmen wir einen kleinen Tellerleichel. Gewürzt das ein bisschen. Genau, machen wir die Walnüsse rein. Guck mal hier auch, Naturwert, Bio, so ein Eigenmarken von Kombi. Einfach da ein bisschen rein. Da haben wir noch so einen coolen Bio-Honig. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, am einfachsten ist es, wenn du es mit den Fingern machst, ne? Ja, dann viel Spaß. Ich habe mir schon fast gedacht, aber kein Problem. Jetzt einfach das Ganze so ein bisschen durchpumpen. Und wenn man da muss richtig schon gegen das Riesen-Dreieck hinterher. Genau. Alter, Haki, Uwe. Aber man passt, Mann. Hey, hey. Ein paar Walnüsse hier gleich zum drauflegen. Ein ganz bisschen, das ist so ein leichten Brauchgeschmack. Und schon haben wir was zum Futtern. So, Haki, pass auf. Rosenkohl ist cool. Müssen wir dann nur noch warm machen. Haben wir gut vorbereitet. Der Kürbis, siehste, das Wasser ist jetzt runtergekommt. Wir können das quasi einfach nur zerdrücken und es ist jetzt schon eine coole Creme. Beim Fleisch immer wichtig, dass wenn du es in die Pfanne legst, immer von dir weglegst, ja? In die Richtung, weil wenn es runterfällt, spritzt es rein und nach hinten weg, dann spritzt es nach da. Wir braten es mal kurz an, drehen es dann runter und backen es so ein bisschen langsam aus. Dann wird es richtig knusprig und braun und so weiter, ne? Aber jetzt nehmen wir die Sachen, die wir eben abgeschnitten haben, die braten wir mit an. Dann können wir nämlich gleich, wenn wir das Fleisch rausgenommen haben, noch so ein bisschen Soße machen, weißt du? Ich hole schnell Rotweig für die Soße und du guckst, dass du die Brüste oben drehst, ja? Alles. Perfekt. Du schmeißt dich mal mit hier in die Pfanne rein einfach. Einfach random irgendwo rein. Fuck. Es geht jetzt um Weihnachten hier, ne? Wir müssen jetzt nicht auf die Kalorien ab. Wir machen jetzt auch noch ein bisschen Butter rein, ne? Ich will auch nicht auf die Kalorien ab. Sehr gut. Ein bisschen bleibt mehr, denn meine Ruhe hast ja auch trotzdem mitgebracht. Hältst du immer hinten fest, weil sonst ist es zu heiß. Genau, perfekt. Dann können wir nämlich hier schön gleich drauflegen. Und jetzt haben wir hier oben noch ein bisschen drüber. So. Fertig. Esst. Und schmeckt? Nicht lecker. So. Ich fand's top. Fertig. Wollen wir noch ein ganz kleines Dessert essen? Sehr. Sehr gerne, ja. Ja? Komm. Schnelles Dessert. Drei, vier Zutaten. Ist auch geil. Du hast immer diese Alnatura-Produkte im Kombi zum Beispiel. Die sind immer da, kannst du immer drauf verlassen. Machen wir ordentlich Honi rein hier, damit es auch schön süß wird. Das fand ich für das Däufchen, ne? Ich muss die gerade da. Echt? Hast du das gemacht? Gepumpt? Ja. Sieht schon gut aus. Schön glatt. Perfekt. Ein paar Löffelchen rein. Und schon haben wir ein ganz einfaches, lockeres Easy Dessert. Das war's schon. Das war's schon. Schmeckt. Süß. Bisschen Weihnachten. Guck knuskbar. Was willst du mehr? Oder? So, Haki, siehste. Das ist geil. Kann es online bestellen beim Kombi. Holst du die Sachen ab. Brust friert an. Wir kloppen zusammen ein geiles Menü zusammen. Und hast leckeres Essen. Wenn du mal Hefe brauchst, rufst du es einfach durch. Und ansonsten wünsche ich schöne Weihnachten. Mensch, dir auch. Auf und ein. Auf und ein. Auf und ein. Auf und ein. Grüßli. Dankeschön. Ciao.